Es ist eine sehr aggressive Rede, die Putin gehalten hat, es ist eine schonungslose Rede, eine Konfrontationsrede, eine Kollisionsrede, die in ihrem Gesamtsinn einen Bruch, einen nachhaltigen Bruch zwischen Russland und dem Westen manifestiert. Ich habe noch nie eine Rede gehört, in der ein Führer einer grossen, einer Weltmacht mit einer derart schonungslosen Klarheit aus seiner Sicht die andere Seite angeprangert hat.